Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Volker Müller, für die Begrüßung, liebe Bürgermeisterinnen, liebe Bürgermeister, sehr geehrte Gäste, erst mal von hier aus dann gute Besserung an Benedikt Hüppe. Wir wünschen ihm natürlich, dass er schnell wieder dabei ist und da möchte ich natürlich dann auch direkt noch Hauke Jagau begrüßen, meinen Vorgänger als Regionspräsident, auch herzlich willkommen. Jetzt hat Volker Müller gerade mit dem Beispiel Estland begonnen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und Euch geht, dann ist das erst mal so ein bisschen so ein Stimmungsdämpfer, weil wenn man das Beispiel sich anguckt und wenn man das so hört, wir haben glaube ich gerade beim IHK Neujahrsempfang, also gerade ist jetzt auch schon wieder zweieinhalb Monate her, haben wir Berichte gehört, wie die Situation in Estland ist. Da sind wir glaube ich noch ein bisschen von entfernt. Deswegen sollte uns das aber nicht zurückwerfen beziehungsweise sollte dazu führen, dass wir frustriert aufgeben, sondern eher noch anspornen. Und ich glaube, dass dieses Projekt und dass die Zusammenarbeit kommunenübergreifend genau das Richtige ist. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass ein Problem der Digitalisierung in Deutschland auch ist, dass alle es auf eigenem Wege versuchen und es einen zu geringen Austausch gibt und Best Practice überhaupt nicht weitergegeben werden. Dass wir überall selber Dinge entwickeln und das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht notwendig. Wenn zum Beispiel die Bauaufsicht in der Wedemark, habe ich mal gehört, soll super digital sein, absolut vorbildlich. Wenn die Wedemark das gut kann, dann können das ehrlich gesagt eigentlich auch die 20 anderen Kommunen genauso übernehmen, wir als Regionsverwaltung auch, aber auch darüber hinaus natürlich. Und das Gleiche geht in ganz vielen anderen Bereichen. Ich habe, bevor ich hier Regionspräsident wurde, habe ich viele Jahre in der Wissenschaftspolitik gearbeitet. Herr Professor Lammert aus der MAH ist auch hier. Und in der Wissenschaft ist es absolut entscheidend, dass man Daten hat, dass man Beispiele hat, dass man ausreichend Daten hat, um sich dann auch austauschen zu können und um sich auch dann immer wieder verbessern zu können. Um auch eine gute Basis zu haben, um dann auch Entscheidungen zu treffen. Das ist in der Wissenschaft wichtig. Das ist aber aus meiner Sicht auch bei der Digitalisierung absolut entscheidend, dass wir uns ganz genau angucken, wo funktioniert etwas und wo haben wir die Daten. Und ich glaube, dass das, was wir hier aufgebaut haben oder das, was in den, heute ist ja schon das dritte Treffen hier der Internet der Dinge, dass wir tatsächlich hier etwas aufgebaut haben, was ich sehen lassen kann. Und deswegen möchte ich mich erstmal bei denjenigen bedanken, die daran auch in den letzten Wochen, Monaten, Jahren daran mitgewirkt haben. So und jetzt, Volker Müller hat es gerade gesagt, jetzt müssen wir konkret werden. Jetzt müssen wir gucken, was kann das zum Beispiel für den Hochwasserschutz. Das nehme ich jetzt mal als Beispiel, weil wir gerade vor einigen Monaten ja hier ein Hochwasser hatten. Was können wir daraus lernen für den Hochwasserschutz? Was können wir an den Daten, die wir haben, was können wir dafür verwenden? Was können wir, auch das hat Volker Müller eben gesagt, bei der Müllentsorgung die Daten auswerten und dann eben daraus auch Schlüsse ziehen? Und das gilt für viele andere Bereiche. Das gilt für Bushaltemonitoring, wo es auch schon Projekte gibt. Das gilt für Stauentwicklung, für Verkehrsaufkommen. Das ist für uns gerade auch bei Österreich und Regiobus wichtig, dass wir sehen, wo sind die Menschen? Welche Wege nutzen sie? Wie können wir unser öffentliches Nahverkehrssystem nutzen? Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir diesen Austausch, den wir hier haben, dass wir den nutzen sollten, um es wirklich so konkret wie irgendwie möglich zu machen für die 1,2 Millionen Menschen, die wir hier in der Region Hannover haben, weil die wünschen sich nichts sehnlicher, als dass sie wirklich die digitalen Angebote, die sie möglicherweise aus anderen Regionen, aus anderen Ländern, eher international, muss ich sagen, national, glaube ich, ist es auch nicht so, dass andere Regionen in Deutschland deutlich weiter sind. Aber dass wir tatsächlich daran arbeiten, dass die Menschen hier das Gefühl haben, es geht voran mit der Digitalisierung und wir schaffen die Bürgerdienste, die wir haben. In einigen Teilen ist es schon gelungen, in anderen haben wir noch Ausbaubedarf. Wenn ich mir auch so die Berichterstattung in den letzten Wochen und Monaten angucke, über Kfz-Zulassungen und über andere Dinge, dann haben wir definitiv noch Nachholbedarf und daran sollten wir alle gemeinsam wirken und wir sollten es so konkret wie irgendwie möglich machen für die Einwohnerinnen und Einwohner in der Region Hannover. Ich möchte mich bei all denjenigen bedanken, die heute daran mitwirken und dann eben auch berichten und vorstellen, was schon in den einzelnen Kommunen, in anderen Bereichen läuft, auch aus der Landeshauptstadt werden wir das ein oder andere hören, aber eben auch aus drei Umlandkommunen, aus Pattensinn, aus der Wedemark und aus Hemming. Ich freue mich auf diesen Austausch und ich hoffe dann, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten können, dass wir vorankommen hier in der Region Hannover. Ganz herzlichen Dank.